Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja? Ja, schickt das bitte gleich durch. Morgen. Morgen. Die Diebe im Gesetz sind angeschlagen. Ach, ich bin eigentlich ganz froh dort, wo ich bin. Und außerdem müsste ich dann die ganze... eben? Wie? Hat mir viele Freundschaften gekostet. Sehen Sie, es wirkt schon. Kanta, er hat das Geschäft verladen. Ach, nice. Pferdstadt auswärts Richtung Südost Tangente. Okay. Okay, die sind ausgestiegen. Unter einer Autobahnrücke. Ich schau, dass ich mir herankomme. Ich hab gleich Sichtkontakt. Moment. Sie warten, Frau Lanz. Das ist ein Befehl. Sascha Kriegerang. Die georgische Nummer zwei. Scheiße, die bringen den um! Fallen lasst es! Lassen Sie die Waffe fallen! Ist okay. Kanta! Bleiben Sie gar nicht. Bleiben Sie bei mir ganz ruhig durch! Penny! Scheiße. Na, na komm. Alles okay? Ich bin okay, Frau Lanz. Hm? Und der Ernstler? Ist noch im OP. Ja, der macht das schon. Ist eine Zache, und? Die Kugel war für mich bestimmt. Er hat sie abgefangen. Das hat er gemacht? Vielleicht doch ein bisschen mehr als ein Vollprofi, hm? Ich muss jetzt verhören. Wenn nicht glauben, wer hinter diesem konkurrierenden Drogenring steckt. Die Monteros. Die haben sich neu formiert. Das hat sich nicht mehr als ein Gewalt verlebt. Das hat sich nicht mehr als ein Gewalt verlebt.